Herzlich willkommen zu dieser Bodyscan Meditation. Schön, dass du dir diese Zeit für dich nimmst und mit dieser Meditation dein Körperbewusstsein und dein allgemeines Wohlbefinden steigerst. Diese Art von Meditation eignet sich auch ideal als Achtsamkeitsübung und für Entspannung und Erholung. Während der Meditation kann sich dein Geist und Körper tief entspannen und du wirst dich danach mit hoher Wahrscheinlichkeit erholt und besser als zuvor fühlen. Bitte setze oder lege dich an einen ruhigen, bequemen Ort und achte darauf, dass du für diese Meditation eine angenehme Umgebungstemperatur hast. Vielleicht kannst du dir auch eine Decke überlegen. Diese Bodyscan Meditation ist ein Teil meiner Bodyscan Serie, welche du als digitalen Download auf meiner Website erhalten kannst. In der Serie enthalten sind auch Bodyscan Meditationen für Heilung, Schmerzlinderung und Energie sowie Bonus Meditationen und Entspannungsmusik. Auf meiner Website kannst du mehr darüber erfahren. Alle Links findest du unten in der Beschreibung. Falls du dies noch nicht getan haben solltest, dann mache es dir nun bequem und dann schließe sanft deine Augen, wenn du soweit bist. Falls du leicht einschläfst, ist es zu empfehlen, diese Meditation im Sitzen durchzuführen. Ansonsten kannst du die Meditation natürlich auch wunderbar zum Einschlafen nutzen. Du musst während dieser Meditation keine speziellen Empfindungen oder Emotionen hervorrufen. Du kannst alles einfach so wahrnehmen, wie es ist. Eine tiefe Entspannung kann und darf jederzeit eintreten. Aber egal was du empfindest, du kannst dir einfach darüber bewusst werden. Wenn es dir für angenehmer erscheint, so kannst du dich jederzeit in eine bequemere Position rücken, einzelne Körperteile sanft hin und her bewegen oder bewusst noch tiefer entspannen. Du kannst auch ganz einfach nur achtsam verweilen. Mache es so, wie du dich damit gut fühlst. Nimm dir einen Moment Zeit, um mit der Bewegung deines Atems und den Empfindungen in deinem Körper näher in Kontakt zu kommen. Wenn du bereit bist, werde dir langsam bewusst über den Kontakt, den dein Körper mit der Oberfläche, auf der du sitzt oder liegst, hat. Lasse bei jedem Ausatmen los, um tiefer in den Stuhl, das Sofa, das Bett oder einen anderen Untergrund, auf dem du dich befindest, zu sinken. Die Absicht dieser Übung besteht darin, so gut wie möglich die Aufmerksamkeit auf alle wahrgenommenen Empfindungen zu lenken, während du deine Aufmerksamkeit nacheinander auf jeden Teil des Körpers konzentrierst. Wenn du abgelenkt wirst, so komme einfach zurück zu dieser Übung, wenn du dies bemerkst. Nun bringe deine physischen Sinneswahrnehmungen in den unteren Bauchbereich und werde dir der wechselnden Empfindungen in der Lunge und im Bauchbereich beim Einatmen und beim Ausatmen bewusst. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um die Empfindungen beim Einatmen und beim Ausatmen zu spüren. Du wirst du in der Lunge und beim Ausatmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn dir jegliche Spannung oder andere intensivere oder unerwünschte Empfindungen in einem bestimmten Teil des Körpers bewusst werden, kannst du auch direkt in diese einatmen. Du kannst den Atem und das Bewusstsein für einen kurzen Moment direkt in die Empfindung lenken und diese beim Ausatmen einfach loslassen. Mit dem Ausatmen löst du die unerwünschte Empfindung gedanklich von deinem Körper und dieser wird deinem Ansatz folgen. Nimm dir noch einen Moment Zeit, deinen Atem zu beobachten. Du kannst den Atem und der Atem zu beobachten. Du kannst den Atem und der Atem zu beobachten. Jetzt bringe dein Bewusstsein auf das linke Bein, in den linken Fuß und auf die Zehen des linken Fußes. Konzentriere dich nacheinander auf jeden Zeh des linken Fußes und achte auf die verschiedenen Empfindungen, die du feststellst, wobei du vielleicht den Kontakt zwischen den Zehen, ein Gefühl von Kribbeln, Wärme oder keine besondere Empfindung bemerkst. Du kannst die Zehen auch leicht hin und her bewegen, um die Empfindungen noch deutlicher zu spüren. Atme nun einmal bewusst tief ein. Und verfolge in Gedanken deinen Atem durch die Nase oder den Mund, bis in den Bauch, dann in das linke Bein, den linken Fuß und bis zu den Zehen des linken Fußes. Dann beim Ausatmen fühle oder stelle dir vor, wie der Atem den ganzen Weg zurückkommt, aus dem Fuß, in das Bein, durch den Bauch, die Brust und durch die Nase oder den Mund wieder herausströmt. So gut du kannst und wie es dir angenehm ist, fahre für ein paar Atemzüge fort damit. Atme tief in die Zehen ein und dann wieder zurück durch den Körper aus. Egal wie du dies jetzt machst, du machst es genau richtig für dich. Achte einfach auf deinen Atem und wie sich diese Art von Atmung anfühlt. Und dann beim Ausatmen fühle dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nun, sobald Du bereit bist, richte Deine Aufmerksamkeit auf die Empfindungen der Sohle Deines linken Fußes. Werte Dir nach und nach bewusst über die Fußsohle bis in die Ferse. Spürst Du den Kontakt der Ferse mit der Oberfläche, auf der sie ruht? Atme ruhig und sanft, ganz wie es Dir angenehm ist, weiter. Richte jetzt Deine Aufmerksamkeit auf den restlichen Fuß und auch auf die Knochen und die Gelenke in Deinem Fuß. Wenn Du soweit bist, atme etwas tiefer ein und lenke Deinen Atem auf den ganzen linken Fuß. Wenn der Atem beim Ausatmen Deinen Körper wieder verlässt, lasse den linken Fuß ganz los. Und dann lass Deinen Fokus weiter hinauf auf das untere linke Bein wandern, die Wade und das Schienbein bis hin zum Knie. Nimm diese Körperteile nun genau wahr und bemerke die Empfindungen, die Du dort verspürst. Atme nun bewusst in Deine Wade bis zum Knie ein. Und beim Ausatmen lass die linke Wade und das Knie ganz los und lenke Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Oberschenkel. Nimm Deinen Oberschenkel jetzt genau wahr und bemerke die Empfindungen, die Du dort verspürst. Atme nun bewusst in Deinen Oberschenkel ein und beim Ausatmen lass den linken Oberschenkel ganz los und lenke Deine Aufmerksamkeit auf Deinen rechten Fuß, zunächst auf die Zehen. Aufmerksamkeit. Atme nun einmal bewusst. Und verfolge in Gedanken deinen Atem durch die Nase oder den Mund bis in den Bauch, dann in das rechte Bein, den rechten Fuß und bis zu den Zehen des rechten Fußes. Dann beim Ausatmen fühle oder stelle dir vor, wie der Atem den ganzen Weg zurückkommt, aus dem Fuß in das Bein, durch den Bauch, die Brust und durch die Nase oder den Mund wieder herausströmt. Fahre für ein paar Atemzüge fort. Atme tief in die Zehen ein und dann wieder zurück durch den Körper aus. Amen. 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 Nun, sobald du bereit bist, richte deine Aufmerksamkeit auf die Empfindungen der Sohle deines rechten Fußes. Werde dir nach und nach bewusst über die Fußsohle bis in die Ferse. Spürst du den Kontakt der Ferse mit der Oberfläche, auf der sie ruht? Atme ruhig und sanft, ganz wie es dir angenehm ist, weiter. Spürst du den Kontakt. Spürst du den Kontakt. Richte jetzt deine Aufmerksamkeit auf den restlichen Fuß und auch auf die Knochen und die Gelenke in deinem Fuß. Nun atme etwas tiefer ein und lenke deinen Atem auf den ganzen rechten Fuß. Wenn der Atem beim Ausatmen deinen Körper wieder verlässt, lasse den rechten Fuß ganz los und dann lass deinen Fokus weiter hinauf in das untere rechte Bein wandern, die Wade und das Schienbein bis hin zum Knie. Nimm diese Körperteile genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atem. Atme nun bewusst in deine Wade bis zum Knie ein und beim Ausatmen lass die rechte Wade und das Knie ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Oberschenkel. Nimm deinen Oberschenkel genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Musik Musik Atme nun bewusst in deinen Oberschenkeln. Und beim Ausatmen lass den rechten Oberschenkel ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Beckenbereich und auch das Gesäß. Nimm diese Körperteile genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme nun bewusst in diese Bereiche ein und beim Ausatmen lass sie ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Rücken. Nimm deinen Rücken genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Amen. 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 Atme nun bewusst deine Wirbelsäule heraus. Und beim Ausatmen lass sie ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Bauch. Nimm deinen Bauch genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme nun bewusst einige Male in deinen Bauch. Atme noch tief ein und aus und bemerke das Heben und Senken. Amen. Beim nächsten Ausatmen lass den Bauch ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Brust. Nimm deine Brust genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Amen. Amen. Atme nun bewusst ein paar Mal in deine Brust ein und aus. Und bemerke die sanfte Ausdehnung und den entspannten Rückgang zum Ausgangspunkt. Beim nächsten Ausatmen lass die Brust ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deine linke Hand und jeden einzelnen Finger. Nimm jeden Finger ganz genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Du kannst die Finger auch leicht hin und her bewegen und die verschiedenen Empfindungen so intensiver wahrnehmen. Nun richte deine Aufmerksamkeit auf deine restliche Hand. Bis zu deinem Handgelenk. Nimm diese Körperteile genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Nimm dich. Nimm dich. Nimm dich. Nimm dich. Atme nun bewusst in deine Finger und die ganze Hand ein und beim Ausatmen lass sie ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen linken Unterarm. Nimm diesen Körperteile genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Nimm dich. 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 Atme nun bewusst in deinen linken Unterarm ein und beim Ausatmen lass ihn ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen linken Oberarm. Nimm deinen Oberarm genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme nun bewusst in deinen linken Oberarm ein. Und beim Ausatmen lass ihn ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deine linke Schulter. Nimm deine linke Schulter genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme nun bewusst in deine linke Schulter ein. Und beim Ausatmen lass sie ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf die Finger deiner rechten Hand. Nimm jeden Finger ganz genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Du kannst die Finger auch leicht hin und her bewegen und die verschiedenen Empfindungen so noch intensiver wahrnehmen. Nun richte deine Aufmerksamkeit auf deine restliche Hand bis hin zu deinem Handgelenk. Nimm diese Körperteile genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme nun bewusst in deinem Hand. Lasse deine Finger und die ganze Hand ein und beim Ausatmen lasse sie ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen rechten Unterarm. Nimm deinen rechten Unterarm genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme nun bewusst in deinen rechten Unterarm ein. Und beim Ausatmen lass ihn ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen rechten Oberarm. Nimm deinen rechten Oberarm genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Du hast es. Du hast es. Untertitelung des ZDF, 2020 Atme nun bewusst in deinen rechten Oberarm ein und beim Ausatmen lass ihn ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deine rechte Schulter. Nimm deine rechte Schulter genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme nun bewusst in deine rechte Schulter ein und beim Ausatmen lass sie ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Nacken. Nimm deinen Nacken genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Amen. Amen. Atme nun bewusst in deinen Nacken ein. Und beim Ausatmen lass ihn ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Hals. Nimm deinen Hals genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Und beim Ausatmen lass ihn ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Nacken. Atme nun bewusst in deinen Hals ein und beim Ausatmen lass ihn ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Kopfbereich, zunächst auf deinen Kiefer. Nimm deinen Kiefer genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme. 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 Atme nun bewusst in deinen Kiefer ein. Und beim Ausatmen lass ihn ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen kompletten Mundbereich. Nimm diese Körperteile genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme nun ein paar Mal durch deinen Mund ein und aus, wenn es dir angenehm ist und bemerke die verschiedenen Empfindungen. Atme nun gedanklich bewusst in deinen Mundbereich ein. Und beim Ausatmen lasse ihn ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Wangen. Nimm diese Körperteile genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme nun bewusst in deine Wangen ein und beim Ausatmen lasse sie ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Nase. Nimm dieses Körperteil genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme ein paar Mal tief durch die Nase ein und aus, wenn du kannst und nimm die verschiedenen Empfindungen in deinen Nasenlöchern und der gesamten Nase beim Ein- und Ausatmen wahr. Atme nun gedanklich bewusst in deine Nase ein und beim Ausatmen lasse sie ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Augen und Augenlider. Nimm diese Körperteile genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme nun bewusst in deine Augenlider. Atme nun bewusst in deine Augenlider und beim Ausatmen lass sie ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Stirn. Nimm diesen Körperteil genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme nun bewusst in deine Stirn ein und beim Ausatmen lass sie ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Ohren. Nimm diese Körperteile genau wahr. Nimm diese Körperteile genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme nun bewusst in deine Ohren ein und beim Ausatmen lass sie ganz los und lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Schädeldecke oder den Haaransatz. Nimm diesen Körperteil genau wahr und bemerke die Empfindungen, die du dort verspürst. Atme nun bewusst in deine Schädeldecke ein und beim Ausatmen lass sie ganz los. Nachdem du nun den ganzen Körper auf diese Weise gescannt hast, verbringe noch einen Moment damit, dich deines Körpers als Ganzes bewusst zu sein und bemerke, was du jetzt empfindest. Bemerke weiterhin den Atem, der frei in deinen Körper hinein und dann wieder aus ihm herausfließt. Du bist nun am Ende dieser Meditation angelangt und fühlst dich entspannt und wundervoll erholt. Nimm dir nun einen Moment Zeit, aus dieser Meditation zurückzukehren. Werde dir der Geräusche um dich herum mehr und mehr bewusst. Atme noch einmal bewusst tief ein und beim Ausatmen öffne langsam deine Augen. Bevor du wieder aufstehst, werde dir bewusst, wie du dich nun nach dieser Meditation fühlst. Strecke dann deinen Körper leicht und genieße den restlichen Tag oder Abend. Ich hoffe, dieser Bodyscan hat dir gefallen. Wenn du deine Bodyscan-Übungen noch vertiefen möchtest, dann schaue dir einmal meine Bodyscan-Serie an, welche du als digitalen Download auf meiner Website erhalten kannst. In der Serie enthalten sind auch Bodyscan-Meditationen für Heilung, Schmerzlinderung und Energie, sowie Bonus-Meditationen und Entspannungsmusik. Auf meiner Website kannst du mehr darüber erfahren. Alle Links findest du unten in der Beschreibung. Vielen Dank, dass ich dich durch diese Meditation führen durfte und bis zum nächsten Mal. Mit viel Liebe und Dankbarkeit, deine Nina Mit viel Liebe und Dankbarkeit, deine neuen Untertitelung des ZDF, 2020